Als mehrgewichtiger Mensch bist du Teil der Body-Positivity-Bewegung, aber du teilst dann eben nicht unsere Erfahrung. Und dabei muss es auch nicht immer darum gehen, dass man selber die Erfahrung gemacht hat. Ich habe mega viele Privilegien und ich lasse die Stimme den anderen. Wir sind hier und wir gehen auch nicht weg und wir haben keinen Bock mehr auf eure Diskriminierung, auf eure Scheiße. Habubtis! Ahlen und Sahlen zu einer neuen Folge von Karakaya Talk Body-Positivity. Ihr kennt diesen Hashtag. Der ist gerade auf Instagram und mittlerweile gibt es 4 Millionen Bilder, die darunter gepostet werden von dicken Menschen, von fetten Menschen, von mehrgewichtigen Menschen, die ihre wunderschönen Körper darstellen. Aber was auch gerade passiert ist, es kommt öfter und häufiger vor, dass dünne Frauen, schlanke Frauen, so Frauen mit einer schönen Figur, mit einem flachen Bauch und schönen Hintern, auch unter demselben Hashtag posten. Und dann ist so die Frage, dürfen die das, wenn es doch eigentlich darum geht, Körper zu feiern, die nicht ins Schönheitsideal reinpassen. Und genau aus diesem Grund werden wir heute über dieses Thema diskutieren. Bleibt dran, es wird richtig krass. Herzlich Willkommen an die wunderkrassesten Gäste aller Zeiten. Ich bin Marina Diaz, bin Lehrerin und Bloggerin. Die Bewegung Body-Positivity, die hat mir selber aus der Essstörung geholfen. Ich habe das Gefühl, dass diese Bewegung positiv für alle ist, aber die Bewegung ist halt nicht für normschöne Menschen, wie zum Beispiel für mich. Ich bin Christelle, komme aus Frankfurt oder wohne in, ne, ich wohne in Offenbach, okay, arbeite in einem Unternehmen, einem Wirtschaftsunternehmen und bin politisch aktiv. Wenn ich mir angucke, irgendwie was da draußen abgeht, wenn ich an Body-Positivity denke, sehe ich mich und Körper wie meine, sehe ich nicht. Und das ist ein Problem. Ich heiße Maria Gonzalez-DA, aka Body Mary. Ich bin politische Aktivistin mit dem Schwerpunkt Gewichtsdiskriminierung, Armer Rassismus, Sexismus, Intersektionalität. Wenn man versteht, dass Body-Positivity nicht eine politische Bewegung ist, dann reden wir darüber, dass wir das politische System ändern wollen. Wir reden nicht über ein Wellness-Body-Bath oder sowas. Ich heiße Gila Biesch und ich bin Vollzeit-Datteltäterin. Für mich bedeutet Body-Positivity eine allgemein grundlegende positive Einstellung dem Körper gegenüber. Ich bin der Meinung, dass Menschen, die sich nicht normschön fühlen oder auch so gesehen werden, dass sie ebenso Body-Positivity für sich claimen können. Ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute reinzukommen. Wir werden über eine sehr wichtige Sache diskutieren, aber bevor wir anfangen, müssen wir erst mal einen Chai trinken, weil das ist wichtig. Ich habe gesehen, du hast konstig warten, Mary ist okay. Ich bin zwei. Ja, ich bin zwei, geil. Warum nicht doppelt, halt besser. Meine erste Frage geht direkt an dich, Christelle. Woher stammt eigentlich diese Body-Positivity-Bewegung und gilt sie nur für mehrgewichtige Menschen? Body-Positivity-Bewegung entstammt der Fat Acceptance-Bewegung. Die vor allem in den USA so ihre Anfänge hatte in den Spät-60ern und dort eben vor allem dicke Körper ihre Position, ihre Wirklichkeit gezeigt haben. Und auch klar gemacht haben, wir sind hier und wir gehen auch nicht weg. Und wir haben keinen Bock mehr auf eure Diskriminierung, auf eure Scheiße sozusagen, auf die Art und Weise, wie ihr mit uns und mit unseren Körpern umgeht. Und da eben allen voran in der Vorfront waren schwarze Personen. Das hat ja angefangen als Fat Acceptance Movement, also Bewegung in den Staaten. Und dann ist es ja irgendwann rübergegangen zu Body-Positivity. Warum ist das passiert? Also warum sah man da die Notwendigkeit zu sagen, okay, wir öffnen das? Ich glaube, das ist vor allem durch eben Medienöffentlichkeit und ganz viel auch vielleicht Aneignungsprozessen von Personen, die, sage ich mal, eine andere Art und Weise oder auf andere Art und Weise vielleicht sich diskriminiert fühlen, diskriminiert werden. Die aber nicht per se strukturell, sage ich jetzt mal gesehen, auch Diskriminierung erfahren oder in dem Maße, wie es vor allem schwarze oder andere marginalisierte Körper tun. Du, Gila, wie ich zum Beispiel sagst, okay, ich sehe mich trotzdem Teil einer dieser Bewegung, der Body-Positivity-Bewegung, obwohl du ja selber nicht dick bist. Warum fühlst du dich dieser Bewegung zugehörig? Ich fühle mich zugehörig, weil ich finde, dass diese Bewegung vor allem das Problem, das größere Problem anspricht und zwar, dass wir allgemein, dass die allgemeine Gesellschaft so aufgebaut ist, dass wir aufgrund unseres Aussehens diskriminiert werden. So und deswegen fühle ich mich erstmal nicht ausgeschlossen, sondern bin halt auch der Meinung, okay, auch ich entspreche nicht irgendwelchen Normen oder auch früher, als ich auch noch anders aussah und so weiter entspreche ich nicht. Wie sahst du anders aus? Ich war, ich hatte auf jeden Fall, ich war dicker, ich war 1,63 und wog 72 und jetzt einfach nur so zum Vergleich, wie groß bin ich jetzt 1,67 und wiege 58 oder so, irgendwie so. Auf jeden Fall wurde ich früher auf jeden Fall als dick gesehen und halt deswegen dann auch in der Schule gemobbt und so weiter. Aber auch unabhängig davon, also auch später, habe ich mich trotzdem aufgefangen gefühlt von der Bewegung und dabei muss es auch nicht immer darum gehen, dass man selber die Erfahrung gemacht hat. Man sieht es ja auch in seinem Umfeld, man sieht ja auch die Menschen um einen herum, die deswegen diskriminiert werden und so weiter. Okay, aber da mache ich ja schon mal Unterschiede, also zu supporten ist ja eine Sache, aber sich für sich selber die Sache beanspruchen ist eine andere Sache, da will ich einfach mal an dich weitergeben. Weil Gnavich meinte ja gerade, in der Gesellschaft werden alle Menschen aufgrund ihres Aussehens auf irgendeiner Weise diskriminiert, würdest du da mitgehen? Ja, aber es gibt eine Norm und das darf man nicht vergessen, wenn man sich innerhalb der Bewegung befindet, dann muss man wissen, dass die Bewegung für die Menschen ist, die am meisten von Marginalisierung und Diskriminierung betroffen sind. Und es richtet sich dann natürlich dann gegen die Norm, die dann mehr Privilegien haben. Und die Norm ist weiß, die ist dünn, die ist maskulin, die ist ableisiert, also die ist nicht behindert, die ist nicht behindert, die ist meistens akademisiert. Und das muss man verinnerlichen, wenn man sich in dieser Bewegung befindet, denn dann kann man sich auch fragen, wie viel Space sollte ich denn in diesem Raum einnehmen? Wenn ich zum Beispiel, wir machen alle unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen auf unterschiedlichen Leveln, unterschiedliche Intensitäten auch, veränderliche und nicht veränderliche Merkmale, auch sexuelle und Gender Identity gehört dazu. Das heißt, es gibt sichtbare Merkmale, nicht sichtbare Merkmale und ja, wenn du ein Teil sein willst der Body Positivity Bewegung, dann musst du auch eine Ally sein. Und dann musst du verstehen, du hast da einen Platz und du musst verstehen, was bedeutet das, eine Ally zu sein. Finde ich mega interessant, weil da kann ich direkt das weiter an dich spielen, weil du hast ja dich entschieden, nicht mehr unter dem Hashtag Body Positivity zu bloggen, medial präsent zu sein. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ich habe ganz vielen Bloggern bin ich gefolgt und Influencern, die für Body Positivity einstehen, mehrgewichtig und alles. Und die haben plötzlich diese Problematik angesprochen, dass Body Positivity vermehrt von anderen weissen, dünnen Menschen vor allem repräsentiert wird, gerade auf Social Media. Und am Anfang war das zu kompliziert für mich und so. Und dann habe ich mich mehr und mehr da eingelesen und informiert und habe so gemerkt, scheisse, ich habe mega viele Privilegien und ich habe irgendwie gar nicht so viel damit zu tun. Also mir hat die Bewegung selber geholfen, weil ich bin ganz lange in einer Essstörung, habe ich festgesteckt. Und durch diese Influencer, die, ich sage jetzt Body Positivity Influencer, hat es mir mega geholfen, mich selber anzunehmen. Aber dann habe ich wie so gemerkt, nein, ich habe mega viele Privilegien und ich lasse die Stimme den anderen, die das nicht haben. Und ich verweise auch gerne auf Blogs oder Influencer und so oder Artikel von marginalisierten Menschen, zum einfach sagen, hey, wir haben ja Stimmen. Wir müssen nur irgendwie die Sichtbarkeit und die Reichweite auf diese Stimmen lenken, auf die, die nicht so privilegiert sind wie ich. Was ich daran interessant finde, ist, dass ja auch im deutschen Kontext quasi unter dem Hashtag Body Positivity vor allem so weiße Frauen vorne mit dabei sind, teilweise dick, aber dann auch nochmal in einer ganz bestimmten Norm. Okay, so nix, okay, erzähl mal, was hast du da so wahrgenommen? Ja, nee, wahrgenommen auf jeden Fall. Hashtag Body Positivity ist so allgegenwärtig und das, was ich dann darunter sehe an Bildern, sind halt meistens die gleichen Bilder. Das sind, wie du auch gerade gesagt hast und wie auch schon gesagt wurde, das sind vor allem weiße Körper, das sind vor allem weiße Frauen, die cis gelesen werden können, die nicht behindert sind. Wie auch Mary schon gesagt hat, ich kann das alles nur nochmal so bestärken. Und das sind die Bilder, wo ich mir denke, sorry, das sehen wir in Anführungszeichen die ganze Zeit überall, wo es sind die, die eigentlich im Zentrum sein sollten. Die sowieso immer schon, ja, die immer schon an den Rand gedrängt werden, denen nicht das Mikrofon gegeben wird, ja, die nicht die Verträge bekommen, die nicht irgendwie an Jobs kommen, die auf sonstige Art und Weise einfach nicht am öffentlichen Leben teilnehmen können, ja, wo einfach nur Barrieren sind. Und da frage ich mich halt, wo sind die in einem Hashtag Body Positivity? Du kannst als weißer Mensch, als Frau, als mehrgewichtiger Mensch, bist du Teil der Body Positivity Bewegung, aber du teilst halt dann eben nicht unsere Erfahrung. Und es ist wichtig zu begreifen, dass alle diese Diskriminierungsformen miteinander verlinkt sind und genau hinzugucken, wie können wir das lösen. Wir können das nicht lösen, wenn wir nur bei weiß und weiblich und dick bleiben. Wir müssen mehr denken. Ich könnte jetzt einfach sagen, es ist total einfach, das auf die weißen Frauen zu schieben, aber, weißt du, jetzt sitzen wir hier auch immer wieder so, nein, nein, überhaupt nicht, deswegen ja nicht. Du bist keine weiße Frau, aber wir beide, wir könnten auch uns einfach hinsetzen und sagen, ja, Body Positivity, geil. Und dann habe ich aber die Information, ich denke mir so, vielleicht hatte ich einfach mal meine Schnauze. Wie stehst du dazu? Es ist gar nicht so, dass ich wirklich dagegen bin, sondern ich sehe das eigentlich genauso. Und da finde ich eigentlich, würde ich voll gerne auch von dir wissen, was so für dich so die beste Art von einem Ally wäre. Also wie verhält man sich als Ally wirklich am besten und am effektivsten sozusagen. Ich finde auch, also auch wenn ich jetzt sage, ich fühle mich zugehörig zu der Bewegung, bin ich aber auch absolut der Meinung, dass ich nicht medial im Vordergrund stehen sollte, wenn es um dieses Thema geht. Das mache ich ja auch zum Beispiel gar nicht. Ich bin nicht online so unterwegs. Also ich finde auch, dass, ja das stimmt, die Bewegung ist ganz bestimmt für fette, dicke, übergewichtige Menschen, wie auch immer. Nicht übergewichtig. Nicht über, Entschuldigung, für fette Menschen. Oder mit großen Körpern. Oder mit großen Körpern, genau. Sorry. Und die sollten auch für sich sprechen, weil genau, das stimmt ja absolut, wir machen nicht dieselbe Erfahrung. Es ist ja schön und gut, dass ich mich irgendwie damit aus irgendwelchen Gründen identifizieren kann. Aber ich mache nicht dieselbe Erfahrung. Das ist absolut wahr. Ich werde anders behandelt, wenn ich denselben Satz sage, wenn ich dieselbe Leistung, das sehe ich absolut auch so. Aber wenn zum Beispiel so eine Instagramerin, Luisa Dellert, 384k auf Instagram, Bodypositivity-Aktivistin, selbsternannt. Sie war mal Fitness-Influencerin, jetzt ist sie eher Öko-Influencerin. Ja, sag mal, was sind deine Gedanken dazu? Du kannst es alles machen, wenn dir bewusst ist, was du für Privilegien hast, was ihr ja schon gesagt habt. Teile deine Plattform. Wenn du so viele Follower hast, dann mach die Menschen sichtbar, für die du eine Ally sein willst, die du befreien willst. Ja, aber ganz ehrlich, die Frage, die sich mir stellt, ist so, du hast schon eine Plattform. Und ich will jetzt gar nicht mehr bei Luisa Dellert unbedingt bleiben. Generell so, wir haben eine Plattform, sagen wir, ich habe jetzt eine Plattform, wo ich bin nicht weiß. Egal, ich bin trotzdem nicht fett, ich kann sagen, ich mache jetzt einen auf, I'm so healthy, healthy living und so einen Spaß. Und trotzdem, am Ende des Tages sind die AbonnentInnen und die Klicks auf meinem Kanal. Jani, ich kann ein Interview mit dir machen, ich kann ein Interview mit dir machen, aber die Klicks. Nein, nein, genau, genau. Du machst das sichtbar und du solidarisierst dich. Das bedeutet, du positionierst dich. Du sagst, ey, ich bin gegen Fethate, ich bin gegen Rassismus, ich bin gegen Queerfeindlichkeit. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn du mir folgst und wenn du mich anhimmst und wenn du so sein willst wie ich, dann handel auch so, wie ich bin. In der Schweiz wollen die Medien mir immer wieder anhängen, dass ich Bodypositivity-Influencerin oder sogar Bodypositivity-Star bin. Und ich sage jedes Mal, nein, das bin nicht ich. Also in der Schweiz sagen sie mir, doch, doch, du bist doch das Gesicht für Bodypositivity. Nein, ich bin eher so die Self-Love-Influencerin und das ist etwas anderes. Und wenn ich dann mal ein Interview oder so gebe und den Unterschied zu erklären versuche, weil in der Schweiz ist diese Bewegung einfach nicht groß existent überhaupt. Und dann mich wirklich für mehrgewichtige Menschen einsetze zum Beispiel, dann kommt eine riesen Hate-Welle. Also eine riesen Hate-Welle und auch unter meinem Account. Also wenn ich dann auf dieses Interview irgendwie eingehe, auf Social Media, dann kommen mega viele Follower und sagen so, ey, nein, sorry, es hat alles seine Grenzen und so. Und dann sage ich immer, dann musst du mir auch nicht folgen. Tut mir leid. Wie geht es euch eigentlich da draußen, unserer Community? Benutzt ihr diesen Hashtag Bodypositivity? Könnt ihr euch damit identifizieren oder eher nicht? Schreibt uns das bitte in die Kommentare. Helena und Ilaida, unsere Social Media Redakteurinnen, lesen sich alles durch und kommentieren auch wieder zurück. Und ihr wisst auch, wie immer, Glocke, einmal liken, einmal abonnieren, weil das ist unser Parall. Hier, guck mal, diese Kamera, Leute, werden damit alles bezahlt. Okay, also auf jeden Fall machen. Frage an dich, Christelle. Wenn wir jetzt sagen, es gibt halt diese ganzen Influencerinnen, die dann an der Vorderfront stehen, was Bodypositivity angeht, würdest du dir lieber wünschen, dass die aufhören damit? Es muss nicht sein, dass ihr sagt, okay, hör auf mit dem, hör auf mit dem, hör auf mit dem. Okay, warte mal, müssen wir nochmal nachdenken, vielleicht bei manchen schon. Aber, nee, aber teile deine Macht letzten Endes. Teil deine Macht, die du hast. Und erkenne an, wer die Bewegung gemacht hat. Also ja, legt das ab, Bodypositivity. Es ist genauso wie mit dem MeToo-Movement. Vor 13 Jahren war das Tarana Burke. It is not, es ist nicht von weißen Schauspielerinnen aus Hollywood gemacht. Kenne die Geschichte, kenne die Menschen dahinter, kenne die Namen, kenne deren Struggle, wie lange die gefeitet haben, gekämpft haben, um sichtbar zu werden, um hörbar zu werden. Und plötzlich macht es eine weiße Person und es macht Snap und plötzlich ist es wichtig. Sind unsere Körper nicht wichtig? Wegen dieser Ally-Sache würde ich wirklich, also wirklich gerne von euch hören, was eurer Meinung nach die beste Art ist, ein Ally zu sein. Reflektiere deine eigenen Privilegien, reflektiere auch die Diskriminierungserfahrung, die du machst. Und wenn dein Aktivismus, ganz ehrlich, wenn der nicht wehtut, dann ist kein Aktivismus. Kannst du das nochmal spezifischer erklären? Und das bedeutet, du musst daran, wo bist du beteiligt in dem System, dass ich andere unterdrücke. Wo bin ich Teil in der Unterdrückung von anderen Menschen, damit ich das erkennen kann und dann dem entgegen, was er gegensetzen kann, Lösung finden kann, Strategie finden kann. Das bedeutet zum Beispiel, diversifiziere zum Beispiel den Mediakonsum. Folge Menschen, die nicht aussehen wie du. Folge Menschen, die nicht die gleiche Sexualität haben wie du. Folge Menschen, lerne deren Leben kennen, lerne deren Struggles kennen und rede nicht über sie, rede mit ihnen. Und so denke ich kann, das ist für mich Allyship. Wenn man diese Dinge macht, könnte man dann sich selber auch offen dazu bekennen, dass man sagt, ich fühle mich dieser Bewegung zugehörig, also sozusagen den Hashtag-Claim. Oder ist das dann wieder, geht das zu weit? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, wie gesagt, alle Menschen machen Diskriminierungserfahrung. Deshalb, Body Positivity ist für alle Menschen. Aber kenne deinen Platz innerhalb der Bewegung, kenne deine Verantwortung innerhalb der Bewegung. Und man kann da einfach, denke ich auch immer wieder, also was ich oftmals dann versuche, Leuten irgendwie klarzumachen ist, du kannst im Kleinen sozusagen anfangen. Und für mich war das, als ich mich so mehr und mehr mit meinem Dicksein und meiner Positionierung und Position in der Gesellschaft auseinandergesetzt hatte, war das einfach mal, okay, ich muss jetzt erstmal meine Familie anfangen. Ich fand, boah, nee, okay, Familie ist zu kompliziert, ey, was ist alles Politik? Ich fange bei meinen Leuten an, ich fange bei meinen Freundinnen an. Ich werde einfach mal Vokal und sage, ey Leute, dieser Stuhl ist einfach scheiß ungemütlich. In diesem Stuhl passe ich nicht rein. Leute, ich kann nicht in dieses Café gehen, weil dieses Café hat nur irgendwelche komischen Gartenstühle, wo ich dann denke, irgendwie, sorry, wenn ich mich jetzt da drauf setze, ich weiß nicht, was passiert. Und das ist unangenehm für uns alle, aber für mich vor allem, ja. Und habe die darauf aufmerksam gemacht. So, was ich dann erwarte und was mittlerweile in meinem kleinen Mikrokosmos passiert ist, dass dann eben nicht Cafés ausgesucht werden, wo die Stuhllage einfach problematisch ist, ja. Dass geachtet wird, wie wird geredet über den eigenen Körper im Prinzip, ne. Wird irgendeine Form von so Diet-Talk betrieben, also so, ja, ich muss jetzt mal wieder hier irgendwie drei Tage Salat essen, weil, ach, ich, mein Bauch ist wieder ein bisschen angeschworen, so, ja. Also, so Sachen. Und dann trag das weiter in deine Räume. Also, man muss auch nicht immer gleich, wie du schon meinst, nicht immer gleich auf das Große gehen und versuchen, eine ganze Welt zu verändern und Bewegung anzuführen. Es reicht halt, wenn man mit sich selber und dann halt mit seinen Freunden und einem kleinen Umfeld anfängt. Das ist ein Anfang. Das Privat ist politisch und das Politische ist privat. Und wenn du zum Beispiel, selbst wenn du nur über deinen Körper sprichst und du sagst, ja, aber ich rede doch über meinen Körper, das ist eine Reflexion, wie du meinen Körper siehst. Wenn du sagst, ich muss abnehmen, ich kann nicht ein Bikini tragen und ich habe einfach mal, ich bin doppelt so groß wie du, dann heißt das, ich darf das schon recht nicht machen. Aber ist das, wenn ich es für mich selber so sehe? Wenn ich einfach nur für mich selber sage, so, ich finde, also würde ich jetzt nicht machen, aber nur vom Prinzip her, ja, noch ein Kilo weniger und dann kann ich mein Bikini tragen. Aber nur für mich selber so, aber wenn du den trägst, denke ich mir, also gib mir so Latte. Dann würde ich dir sagen, das sind ganz toxische Gedankenmuster, die du sofort ablegen solltest, weil die gegen deinen Körper gehen. Ja, okay, aber ich meine in Bezug auf dich. Du kannst, ein Bikini-Bally ist, du hast einen Körper, du hast einen Bikini, fertig ist die Maus. Ja, ja, sowieso, aber ich meine, weil du es dann auf dich bezogen hast, die Aussage. Ja, weil wenn ich das höre. Es ist das, was automatisch erstmal abgeht. Ja, genau, ich höre das und es ist eine direkte Attacke an mich. Und ich denke mir so immer, wir sollten kontrollieren, was wir sagen. Wir können alles denken, aber wir müssen nicht unbedingt alles aussprechen. Zum Beispiel Körper zu kommentieren, das ist eine Grenzüberschreitung. Ich weiß nicht, wie lange die Person vielleicht gefeitet hat in ihrem Leben, damit sie dieses Kleid trägt. Also werde ich nichts machen und sagen, wenn es mir persönlich nicht gefällt, werde ich ihr das niemals ins Gesicht sagen. Das ist das, was in meinem Kopf passiert. Und im zweiten Schritt, dann kann ich nochmal drüber nachdenken, warum sehe ich das überhaupt so? Die Frage, die sich mir dann stellt, ist auch so ein bisschen, in der Body Positivity geht ja viel darum, zu sagen, ja, ja, also sich selber feiern und sagen, so I'm beautiful, ich bin schön, ich bin sexy, ich bin glowing. Aber müssen wir nicht irgendwie auch vielleicht eine andere Form von Beziehung zu unseren Körpern herstellen, wo es einfach wertefrei ist? Ja, klar, ja. Ja, was sagt du, Dirk, sag mal. Also, ich gehe zum Beispiel jeden Tag ungeschminkt in die Schule, weil ich einfach sage, ich möchte, dass die Kinder sind die ganze Zeit schon von klein auf mit bearbeiteten Bildern konfrontiert, mit geschminkten Gesichtern und so. Und ich sage halt immer, ich möchte ein natürliches Vorbild sein, jetzt sage ich mal blöd. Und dann habe ich auch Lehrkollegen, die dann mal sagen, ey, du siehst mega müde aus und bist du krank und so. Und dann sage ich immer so, nein, ich bin nur ungeschminkt. Und ich schaue und ich sage dann auch, nee, also ich habe heute Morgen nicht mal in den Spiegel geguckt, weil bei mir zählt jeden Morgen jede Minute. Also ich stehe mega spät auf und es ist mir wirklich egal, wie ich aussehe. Also ja, dass meine Haut dann darunter leidet, wenn ich keine Crema mache, ist was anderes. Aber mir ist es wirklich auch egal, weil ich halt wie darüber stehen kann, was andere über mich denken. Aber auch da sage ich, hey, ich bin privilegiert. Ja, weil da wollte ich mich gerade, so den Gedanken, den ich habe, ist so, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich gedacht, wenn mir jemand gesagt hätte, so, nee, du musst einfach nur ein bisschen neutraler zu deinem Körper sein. Ich würde sagen, Digga, hörst du mal den Schnauz, ich werde überall daran erinnert. Also wie bewertest du das, Christelle? Ich empfinde es als sehr, sehr schwer und ich glaube, ein super langer Prozess, bis man da hinkommen kann zu sagen, oder bis ich zumindest da hinkommen kann zu sagen, und jetzt stehe ich dem ganz neutral gegenüber. Es ist ein Privileg. Also für eine dünne Person in so ein, zum Beispiel in ein Bewerbungsgespräch zu gehen ohne Make-up, ist eine komplett andere Geschichte als als schwarze Person oder als Person mit einem dicken Körper. Weil einem dicken Körper immer unterstellt wird, du bist hässlich, du bist unhygienisch, du hast keine Disziplin, das kannst du nicht bringen. Das heißt, du musst dir, ich bin mir immer bewusst, wie ich von außen wahrgenommen werde und ich muss mir immer überlegen, in welche Kontexte gehe ich wie rein, weil Kleidung ist Kommunikation. Kleidung, Schönheit ist Macht. Und ich kann natürlich sagen, ja, Schönheit, Dingsblumsblah, ist scheiße und feministisch, aber Feminismus bedeutet für mich in diesem Punkt, Schönheit nach meiner Definition zu definieren. Wenn Schönheit einschließt, dass es okay ist, so auszusehen wie ich, dann welcome. Hat sich dann eigentlich im deutschsprachigen Raum mit der BOPO-Bewegung etwas ins Positive entwickelt oder findet ihr, dass wir uns eigentlich, ich eigentlich hätte vergehen so in die Richtung, so was ist so, oder sind wir da eigentlich immer noch am Anfang? Es wird zunehmend einfach geclaimed von anderen Bewegungen und diese Intersektionen werden unsichtbar gemacht und vor allen Dingen, dass es eine politische Bewegung ist, dass es eine antikapitalistische Haltung ist, dass es gegen Kommerz geht. Und wenn ich auf diesen, wenn ich bei vielen BOPO-Influencern bin und dann am Ende des Tages werden mir irgendwie so Bubble Baths verkauft, also so Brause-Tabletten um Bart, also weißt du, wenn du so ein Wellness-Bart machst, das kippt dann in die Kommerzialisierung dieser Bewegung und ich brauche nichts zu konsumieren, damit ich mich besser fühle oder damit ich respektiert werde oder damit ich geliebt werde. Das ist der perfekte Übergang für unsere Sendung, für unsere nächste Woche, da werden wir auf jeden Fall genau da nochmal einsteigen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das ist ein mega wichtiges Thema. Was denkt ihr eigentlich dazu? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Nächste Woche gehen wir nochmal darauf ein, was du und was du auch schon erwähnt habt, und zwar Kommerzialisierung, ist das eigentlich, wer profitiert eigentlich wirklich davon, wenn irgendwie fette Models, dicke Models, mehrgewichtige Models abgebildet werden. Das wird würzig. Bleibt dran. Klickt hier, um unsere vorherige Folge über das Thema Blackfishing zu sehen, wo unsere Gäste darüber diskutieren, ob Schwarzsein ein Trend sein darf. Und hier könnt ihr klicken, um das neue Funkformat Represent zu schauen, wo Bundestagsdebatten einfach erklärt werden. Außerdem vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Hmm.